Ich gebe den Leuten zwar das Gefühl, Michael Jackson sei hier, doch hinter dieser Rolle bin ich immer mich selbst. Und die Leute spüren dies auch. Doch in ihrer Fantasie ist es Michael. Mein erster Titel hieß Electric Dance 1984. 1987 kam mein zweiter Song, mit dem ich mit meinen Geschwistern auftrat. Und zwischen meinen Jackson-Auftritten sang ich auch meine eigenen Lieder. Meine Popularität wächst und wächst. Ich mache immer alles aus meinem Gefühl heraus. Auch meine Kleider sind nicht gleich wie die von Michael, sondern meine eigene Kreation. Es ist wie, wenn man ein Auto selber umbaut. Es schaut aus wie das Original, aber es ist anders. A BMA, und es ist normal, aber man sagt, oh, ich will die Spoiler hier, ich will die Black Light hier, und dann sagt, oh, wow, es sieht wie ein BMA, aber es ist anders. So, es ist mich, Michael Jackson, mit diesem Ding. So, es ist mich, Michael Jackson, mit dem comme eine Frauen teilzunehmen. Bis zum nächsten Mal.